Und damit auf eine neue Folge von Let's Play Pokémon Legenda Sears. Im letzten Part haben wir die Icognitos gefangen, alle hier, und ein paar Nebenquiz gemacht, da machen wir auch heute weiter, denn ich habe teilweise immer noch die Hoffnung, dass dort Pokémon auftreten, die man da fangen muss, die man da sieht, die auch immer, die man bekommt, keine Ahnung, die in Publix kommen, die man sonst nicht bekommt, beziehungsweise sonst schwieriger zu bekommen sind. Aber, wir sollten nicht ein paar labern, sondern wir sollten weitermachen. Ich möchte darüber fahren, wie ich mein Piridare mehr Pachirisu... Von mir aus. Ich möchte herausfinden, wie man Pachirisu kämpft. Okay. Wo bist du? Da. Hä? Okay. Diese Person ist nicht hier. Oh. Bei den normalen Kampfdien... Äh, der normalen Basis. Oh, das war cool, dass es bei jedem Ort eine Basis gibt, die man richten konnte. Oh, war das so? Ja, beim ersten war es die Hauptstelle, beim zweiten... Ja. Das war cool. Ach, du hast sogar eins. Oh, wo Kommandantin Belida mir ein strenges Trainingspensum aufgebrummt hat, läuft das mit dem Pokémon-Kampf bei mir einfach nicht. Deshalb habe ich mit meinem Partner Pokémon Pachirisu entschieden, hier zu trainieren. Aber ich habe einfach keine Ahnung, wie ich Pachirisu am besten kämpfen lassen soll. Kennst du doch dich mit Pokémon-Kampf aus, oder? Kannst du mir zeigen, wie man Pachirisu am besten einsetzt? Aber ich will dich nicht besiegen. Zeig mir, wie man nur mit einem Pachirisu als Partner kämpft, damit ich von dir lernen kann. Du darfst... Dazu darfst du nur Pachirisu bei dir haben. Ähm... Bist du verrückt? Von mir aus. Wo ist Pachirisu? Das darf ich wieder suchen. Bewegen... Manche Leute haben auch Einsprüche... Das ist verrückt. Ich sage das immer wieder, ich weiß, aber trotzdem... Hä? Auf welchen Level ist das jetzt? Bin ich verlieren? Schönes Team. Ähm... Ich habe ja noch was. Wo ist das? Doch, das war richtig. Ich denke, man ist falsch. Ähm... Hier, S-Bonbon. Okay, das hat es jetzt echt gebracht. Ich habe noch hier XL-Bonbon, aber nee, das ist ja viel zu krass. Können wir kämpfen? King Ursaring, bitte weiß. Das hat mindestens Level... Oh, nein. 30, okay. Funkensprung, los. Oh, ja, klar. Würde ich das überleben. Das ist ja nicht wahr. Das ist jetzt ein Problem. Ich muss... Ich habe... Ich werde verlieren. Ja, Paralyse. Ja. Glück gehabt. Okay, ein bisschen Glück gehört wohl auch dazu. Danke, Gott. Umfassbar, du hast tatsächlich mit deinem Pachirisu einen Orsaren besiegt. Dein Pachirisu kam mir so motiviert, vor als hätte es gar keine Angst vor dem Kampf. Vielleicht liegt es daran, dass du so viel über es weißt und deshalb voller Selbstvertrauen durch den Kampf navigieren kannst. Da zeigt sich, wie wertvoll die Arbeit der Forschungstops ist. Mein Pachirisu und ich werden uns eine Scheibe davon abschneiden. Pachi! Sehr schön. Sehr schön. Citro B-Rund-Leistungs-Gib. So, da, ich jetzt mein Team wieder nehm, bitte. Hab ich genug Platz. Sonst kann da... Ja, ich hab so viel Leid im's. Du, er ist erstmal weg. Erstmal ausruhen, obwohl Pachirisu sowieso nicht im Team ist. Aber Jan hat das ja im Team. Bei dem Let's Play, was immer noch, äh, läuft. Beziehungsweise, posiert. Hä, 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 ja. Regen. Regen. Mein Gott, kann man das nicht irgendwie anders machen? Es ist immer so anstrengend. Jedes einzelne Punkt, da drüber. Was, Aluna? Hallo? Was tue ich denn? Oh, nicht so traurig, so. So, jetzt darf ich's just, ja. Äh, ja. Also, das ist ja viel zu groß. Das auch. Also, erstmal diese Items zum Entwickeln. So, was haben wir als nächstes für ne Quiz, meine Freunde. Ikatou Ikutaro möchte dich wegen eines Muggelbaums am Rad fragen, dass du ziemlich kraftlos wirkt. Ja, das ist sogar hier. Einmal gießen, bitte. Du bist da ja. Äh, da bist du ja. Ich hab schon auf dich gewartet. Bitte wirf mal einen Blick auf diesen Muggelbaum. Es sah etwas kraftlos aus. Da hab ich ihm einige Beeren zu fressen gegeben. Das hat seinen Zustand aber nicht geändert. Seltsam, oder? Es fehlt ihm bestimmt an Wasser. Es muss... Das muss es sein, wo es doch schon wie ein Baum aussieht. Wenn wir es mit der Attacke Aquarelle bewässern, geht es ihm sicher gleich besser. Gute Idee. Bitte bring mir ein Pokémon, das Aquarelle beherrscht, damit Muggelbaum wieder auf die Beine kommt. Mürbe. Wunderbar, damit wird es dem Muggelbaum nur wieder besser gehen. Wasser Marsch. Was geht's? Muggel? Muggel. Muggel. Das ist so angelehnt an damals mit den Gießkannen und so. Cool. Aura schwingend. Muggel. Könnte etwas sein, das du Wasser nicht besonders magst? Boah. Oh je, da hab ich dir wohl ganz schön zugesetzt. Das wird aber wirklich leid, Muggelbaum. Muggel. Werde, möchte ich mich auch entschuldigen. Ich wollte Muggelbaum nur mit uns helfen, dabei kannte es. Ich ist einfach nicht gut genug. Bitte streng dich bei deiner Arbeit im Pokédex an, damit auch Leute wie ich dich bekommen besser verstehen können. Einmal gießen, bitte. Schwerbilder und Pokémon. Bep, bleb, 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 bleb. Ihr S-Ding. Halte ich erstmal. Können ja sich die wichtigsten für andere Pokémon, die wir trainieren müssen. Vermissten suchen zum Plan. Ah, Jaiwa, Fumi, bittet dich, seine jüngere Schwester Mina zu finden, die im roten Sumpfland verschwunden ist. Erstatte dem Dufuhrer, weil Fumi im Erdgeschoss das bericht. Erstatte der Bericht. Wir haben sich, wie soll's ich, schon gefunden, mal... ... irgendeinen Charakter, den wir angesprochen hatten, war das wohl okay. Ach, warum Berichterstatten? Oh, okay. Let's doff back. Back to the roots. Du, 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 du. So. Da war das okay. Dann sag mir mal Bescheid, du, die so... Let's go. Du bist das. Mina, sonnfalls hat zurückgekehrt. Bei dir war ich wirklich in der richtigen Adresse. Du wirst meinen Ruf mehr als gerecht. Mina ist noch neu im Sicherheits-Trupp, zu dem mangel, dass jemand etwas in Besonderheit. Da mach ich mir so, natürlich, schnell so. Ich würde mich freuen, wenn du auch in Zukunft ein Auge auf sie haben könntest. Ah ja, Fumi, lass mal gut sein. Das ist echt peinlich. Außerdem ist es ja nicht so, als würde mir das ständig passieren. Also, ob, sobald man sich aus den Augen verliert, muss man ja nicht suchen gehen. Das war schon immer so. Bla, bla. Viel wichtiger ist doch, dass Florian mich... ...wundert. Vielen Dank nochmal. Ja, stopp, okay. So, next mission. Momo möchte, dass du für sie mehr über Carparo auswendest. Ja, nee, warte mal. Stopp, das war falsch. Carparo. Hier gibt's bestimmt Carparo, oder? Level 5. Oh, Einsatz von Pletscher gesehen, geht bis 100 hoch. Füttern. Nee, Carparo, nee. Ich hab gesagt, wir machen das nicht mit diesen Pugtix-Einträgen. Hier heben wir uns auf, deswegen wirst du auch warten müssen. Finde den Talisman, den Jojirou im roten Sumpfland verloren hat. Finde du die Starisman, den er flucht, mhm. Für allen Überfluss hat es sich dabei noch immer Elite-Pugma. Elite-Hypotherus. Da in der Nähe muss das sein. Okay. Gibt's ja nicht nur eins wahrscheinlich, aber trotzdem. Kring meinen. Oh. Mein Arm tut eh. Falls sind wir schon bei Part 50. Das ist krass. Zu krass, Leute. Ich weiß nicht, wie lange das letzte Blit noch gehen wird. Vor allem, wenn man alle Missionen macht. Wie viele Parts das werden, und dann... Ja gut. Das mit den Arceus wird kein... Das wird nicht lange dauern. Ähm... Oh, da werde ich das ja aufs Kit machen, aber trotzdem. Bis dahin für mich... Uff. Bevor mich das Elite-Pugma in den Hypotherus verfolgt hat, hatte ich meinen Talisman noch. Ich muss ihn irgendwo im Sumpf verloren haben. Bitte finde ihn. Ja... Im Sumpf. Moor-Sumpf. Wenn's ja selber. Da müssen wir als Elite-Pugma in den Hypotherus finden. Da ist ein Elite-Ding... Da ist ein Elite-Ding... Nicht das richtig. Im roten Sumpfland ist er ja so gut. Beste genaue Sache. Ich seh ja nicht mal Hypopotas. Sollte Hypotherus sein? Ich weiß zwar ganz am Anfang mal. Das ist nervig. Ich werde jetzt erstmal gucken, wo das... Hier, wo ist das? Hypotherus. Hypotherus. Blam plateau purpur rotes Moor. Blam plateau ist da unten. Ja, okay, da ist das noch näher. Hypotherus ist da, aber da war kein Tal, bin ich blind. Ich guck mal jetzt mal hier. Jetzt ist das Kroos-Maule... Zäh zum Kroos-Maule Moor. Da ist eins. wie lasst er aus das war nicht der Talisman ja da ist was du warst aber eben noch anders alles tut dir 34 Kraftluftschnitt weg mit dir ich meine keine lange spräche nein der lebt noch du bist level 34 jetzt mach mir ja nie so'n Aufstand genau ich mit dir du hast das wirklich mit deinem Hypoteros aufgenommen du bist unglaublich was liegt denn da ist das etwa oh mein Talisman endlich hab ich dich gefunden ich kann's aber nur komfassen dass der extra für mich gegen die Sepateros gekämpft hat das wär echt nett von dir kann das auch kein zweites Mal werde ich meinen Talisman sicherlich nicht verlieren nicht nachdem so viel Mühe damit hat es ihn zu finden Leistungskies ja und das andere steht noch neben mir natürlich gibt's Sinn hm hm stop so nicht ein anmutiger Schweif zeige das Pokemon mit einem anmutigen Schweif das wäre eine Sprungfeder aber hä dann gibt das Pokemon was ich dachte gibt's hier doch gar nicht also ein Spoink ist es ja wie es aussieht nicht Schweif die Sprungfeder hab ich denn noch ein anderes ich mach mir wird doch gesagt wenn ich das hab oder wir können noch gucken aber mir fällt keins ein äh also ja Herr Professor ich hab ja noch Sachen obwohl ich eigentlich nicht wollte aber 3000 bis zum nächsten Level wie unglaublich und dann gibt's noch zwei weitere Level 10 im Let's Play ich weiß nicht ob ich das machen will ich glaub das kriegst du wenn du alles hast also nicht nur die Pokemon gesehen und gefangen sondern so ja alle Pokemon Publix Einträge vollständig so so habe ich das jetzt oder nicht dieser sieht hab ich's sonst würde ich ja nicht diesen Zugriff haben aber welches meint er denn wie ne Sprungfeder bin ich jetzt blöd was soll das sein bin ich jetzt blöd was soll das sein ich bin richtig dumm oder ich bin richtig dumm oder ich bin richtig dumm oder alles kein Sinn haben wir an oder was jawohl das ist es nach dem Pokemon über diesen ermutigen Schweif hab ich gesucht schau nur wie schön sein Schweif gebunden ist aus seiner herrliche Form das launische Schwingen seines Schweifes sehen und Blättern die im Wind tanzen damit bringt es stürmt jeden Gegner aus dem Konzept für diesen Schweif ist kein Lob genug ja und was für ein Ruf es hat hat es mich etwa schon ans Herz geschlossen Pokemon machen mir zwar Angst aber für dieses könnte ich vielleicht eine Ausnahme machen ja es hat mich gekratzt vielleicht sollte ich der Sache doch noch sollte das Zeit geben ja ich danke dir jedenfalls dass du mir einen Charme an und vor allem seinen Schweif gezeigt hast eines Tages möchte ich einen Pokemon mit einem herrlichen Schweif haben mit dem ich mich so richtig gut verstehe wie du dich mit deinem Partner ja hoffen wir das doch und ich hoffe euch hat dieses Let's Play gefallen äh dieser Part von Pokemon Let's äh Pokemon die gehen aus Heroes und schalten die nächste Folge wieder ein also nicht verpassen und like da lassen bis zum nächsten Mal Tschüss